Ja, Ruben Schröder, auch wenn er hier das Parksteilung betreten hat, der ist absolut beliebt. Der hat ganz viele Fans hier, viele rufen und schreien sogar nach ihm. Er musste sogar mal kurz beruhigen. Aber der erste Eindruck zählt. Hör mal auf zu schreien, hallo! Also, Ruben Schröder ist beliebt und viele schätzen seine Arbeit. Auch wenn sie beim Trainer hatten sie vielleicht so eine kurze Skepsis, aber jetzt sind sie schon wieder relativ zufrieden.